Nachdem in der letzten Folge groß rumgeknutscht wurde, heiße ich euch nun herzlich willkommen zur fünften Folge von Princes Charming. Ja, unser Wohlfühl-Trash der Woche geht irgendwie weiter und ich kann es gar nicht erwarten, die nächste Folge zu gucken, weil irgendwie, ich fühle mich gut, wenn ich das sehe, ich habe Spaß, ihr habt Spaß, wir haben alle Spaß und es ist einfach so eine schöne Staffel und ich will einfach wirklich nicht, dass das jemals wieder endet, aber wir sind schon locker bei der Hälfte und das bedeutet, es wird irgendwann wieder enden. Wer sich die ganze Folge natürlich auch reinziehen will, kann das gerne machen auf RTL Plus, Leute. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, ansonsten könnt ihr gerne in diesem Kanal abonnieren, wir haben dann auch immer gemeinsam Spaß und nun schauen wir aber auch mal direkt, wie es weitergeht. Man merkt natürlich schon in der Villa, da verändert sich die Energie irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Tagen auch so die ersten Eifersuchtszene auftauchen werden. Oh nee, und darauf habe ich irgendwie keine Lust. Also wenn jetzt irgendwie die ganze Stimmung rumschlägt, könnte es natürlich auch anstrengend werden, aber klar, die Gefühle werden langsam stärker, viele Teilnehmerinnen finden Madeleine gut, da ist es natürlich oft so, dass dann die Eifersucht zuschlägt und wenn dann die Charaktere eklig werden, oh Gott, wir wollen den Tag nicht vorm Abend loben. Ich glaube, ich muss noch so ein bisschen realisieren, warum wir wieder eigentlich hier sind und ich möchte natürlich Madeleine kennenlernen, dementsprechend, ich glaube, ich soll damit auch auf Scheiß und so auf die anderen. Ist mir egal, ob ich mich dann wieder ungeliebt mache oder so und dann, es ist mir einfach egal. Und ich freue mich ja direkt, dass Elsa da ist, immer noch. Also da merkt man auch so, sie kam jetzt in diese Gruppe rein und sie ist so, sie ist ein ganz anderer Weib plötzlich. Und auch die Gruppe verändert sich, glaube ich, dadurch jetzt einfach nur, dass Elsa da ist. Und gerade wenn ihr alles egal ist und sie voll Ellenbogen drauf ist, ja schlagen die an natürlich auch wahrscheinlich zurück. Ihr glaubt vielleicht, ihr kennt mich schon ganz gut, doch es gibt einiges, was ihr noch nicht über mich wisst. Und die werden das jetzt als etwa erfahren? Oh mein Gott, also manche von denen werden da jetzt wahrscheinlich sitzen, ich habe keine Ahnung, wer Madeleine ist, ich hatte noch, ich hatte ein Gruppendate und zwei 10-minütige Gespräche im ihr, keine Ahnung, wer dieses Girl ist, aber mal gucken, was passiert. Elsa, Aisun, Melanie und Lilly, seid ihr bereit, euch auf die Spuren meiner Vergangenheit zu machen? Oho, das heißt aber, was denn, Elsa kriegt schon wieder direkt ein Date? Also gestern fährt das langes Einzeldate und jetzt direkt ein Gruppendate? Alles klar. Ja, okay, alles klar. Die vier Frauen müssen nun an verschiedenen Stationen Fragen über Madeleine beantworten. Ich freue mich. Warte, 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 und Madeleine ist nicht dabei? Also sie fahren jetzt nicht zu den Stationen und Madeleine ist dann dort, sondern sie machen jetzt eine Schnitzeljagd anscheinend ohne Madeleine? Gut, alles klar, vollkommen normal. Da kann man ja richtig viel Zeit mit der Prinzessin verbringen, sie richtig gut kennenlernen. Ja, ja. Okay, wie habe ich meine Kuscheltiere als Kind genannt? A. Kuschelbären B. Mumubärchen C. Muschibären Oder D. Schmusebärchen Ich hoffe, es ist nicht B oder C. Ich hoffe einfach, dass es nicht B oder C ist. Ja, aber alle Kandidatinnen müssen jetzt raten, dürfen alle einmal einen Zettel abziehen, also von einem der Lösungsbuchstaben. Und wenn sie richtig liegen, kriegen sie einen Punkt. Und wenn nicht, haltet euch fest, dann nicht. Überraschend, aber ich habe es nicht anders erwartet. Ich glaube, wir haben alle B. Oh mein Gott, Mumubärchen wäre nicht mein erster Gäst gewesen. Traurigerweise war es Muschibärchen. Wäre auch nicht mein zweiter Gäst gewesen. Also, wie viele Beziehungen hatte ich bisher? A. 2. B. 1. C. 0. D. 6. Verdammt. Alle so, oh no, das hat sie bestimmt schon zehnmal erwähnt, aber ich höre ihr einfach nicht zu. Aber sie konnte es zum Glück richtig raten, es waren zwei. Das hat keiner kommen sehen. Bei der nächsten Frage wurde es dann nochmal ein bisschen tückischer und da kam es halt schon zu einer ersten, naja, sagen wir mal Ellenbogen-Situation. Okay, ich mache jetzt Roadtrip. Ready? Shows. Nein! Nee, dann mache ich nicht Roadtrip. Nein, 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 das zählt nicht. Das zählt, ey, das ist irgendwie. Shit! Du bist so unfair. Dürfen doch unfair sein, wir haben gesagt. Du bist so unfair. Ich will das... Yay, vielen Dank jetzt. Das zählt halt gar nicht. Man darf, man darf schummeln. Man darf, man darf schummeln. Das ist so. Das sagt jeder immer. Schummeln ist okay. Ja, sie hatten sich darauf verständigt, halt immer alle gleichzeitig den Buchstaben abzuziehen. Und nachdem Lili jetzt schon die Lösung von Elsa abgezogen hat, auf ihrem Plättchen hat Elsa einfach getauscht und eine andere genommen und so auch, ha, ich habe recht, wie cool. Unangenehm. Unangenehm. Jetzt führe ich mich schlecht. Aber ja. Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, juck dich halt nicht, ne? Nee. Hat man schon bei Staffel 1 gemerkt. Oh, nee. Okay, und Eis tut es auch kein Elsa-Fan und schlägt zurück und ich will das eigentlich nicht. Ich will, dass es eigentlich wieder gute Laune ist. Und ich, also man kann sich sagen, oh, weil Elsa da ist, wird es kacke in der Gruppe, weil die Gruppe ist ja sicher auch nicht nur Elsa dann. Aber man merkt, dass es an Elsa liegt. Nee. Oh nein. Die Zeit wird immer knapper. Gerade Einzelgespräche sind wirklich eine Rarität. Deswegen bekommt auch die Gewinnerin der Schnitzjagd ein Einzelgespräch. Moment, Moment, Moment. Ich schicke also jetzt vier Kandidaten, keine Ahnung, eine Stunde auf eine Schnitzjagd, damit sie jetzt bei ihr dann ankommen, damit die Gewinnerin ein kurzes Einzelgespräch bekommt, anstatt sie sofort da hinfahren und jeder kurz mit ihr mal Zeit verbringen kann. Also, klar, Adventure-mäßig tolle Idee, für den Zuschauer auch ganz witzig, aber so praktisch war es nicht so super. Wer hat denn gewonnen? Realistisch betrachtet hätte ich gewonnen, aber wir haben hier ein Schummelbärchen. Aber im Endeffekt sie, aber im Endeffekt... Du hast den Schummel! Also eigentlich... Das ist ja super witzig. Ja, und Eisohn und Elsa haben allerdings gerade Gleichstand und deswegen muss das auch nochmal aufgelöst werden. Aber Madeleine ist auch so, ist das jetzt irgendwie cool oder nicht? Ich weiß nicht. Ich finde die Schummel nicht gut, aber auf der anderen Seite weiß Elsa halt, was sie möchte und tut halt dann auch was dafür. So kann man das natürlich auch auslegen. Ich würde aber trotzdem denken, wenn man in solchen Situationen schummelt, ist es einfach krass uncool und sowas macht unanträglich, finde ich. Das ist einfach nicht imponierend, sondern einfach so... Wirklich? Dein Ernst? Das ist doch nur unangenehm. Die Frage ist jetzt allerdings, wann hat sich Madeleine geoutet, Leute? Eins. 21. 16. Ist es 21 gesagt? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich bin so 20, 21 erst. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Danke, meine Liebe. Das bedeutet, ich kriege jetzt das Einzelgespräch mit ihr. Ja, und dann ziehen sich Madeleine und Elsa zurück und quatschen wieder miteinander. Elsa hat irgendwie gewonnen und das ist so... Ich will das nicht. Das heißt, wenn wir jetzt Boardgames spielen, dann bist du auch am Schummeln? Nein, bei Spielen nicht. Aber im echten Leben schon. Das ist eine richtige Red-Flag-Aussage. Bei Spielen bin ich fair. Aber im echten Leben, bam. Da scheiße ich drauf. Das Gefühl von anderen, da wird geschummelt. Wie ist Zeug, Kate? Hauptsache ich. Ja? Cool. Ach, das klingt total nett. Frau dazukommt so spät und ich trotzdem so schnell, so intensiv interessiert an ihr bin. Du darfst dich küssen. Oh mein Gott. Und Madeleine erzählt so, boah Elsa, ich bin interessiert an dir. Ich habe Bock auf dich. Obwohl du so spät eingezogen bist, ist sofort eine Connection da. Und Elsa so, knutschen? Du kannst ruhig darauf was erwiedern, Elsa. Du musst nicht jetzt einfach rumknutschen. Ihr habt die Möglichkeit miteinander zu quatschen. Knutscht doch nicht nur rum. Ja, der Tag ist tatsächlich für mich heute noch nicht vorbei. Und zwar gibt es noch ein zweites Date. Und ich bin sehr aufgeregt. Aber warte, warte, warte. Die haben jetzt eine ewig lange Schnitzeljagd gemacht, um da alle hinzufahren. Um kurz mit Madeleine Hallo zu sagen. Dann durfte Elsa jetzt weggehen mit Madeleine quatschen. Sie kommt zurück und dürfen dann alle nach Hause fahren. Toll. Da würde ich mich ja riesig doll freuen. Uh. Mal eine Frage. Station, Frage und dann halt vier Abworte. Und dann die richtige abziehen. Und wir mussten Punkte sammeln. Ach echt? Oh Mann, das wäre meins gewesen. Ich liebe so Sachen. Schnitzeljagd, Leute. Fuck, dass ich nicht dabei war. Ich will das eigentlich auch machen, Mann. Also die regte ich jetzt nicht mal darauf aus, dass die Madeleine nicht sehen konnte, sondern einfach, ich liebe Schnitzeljagd. Schade. Habt ihr noch Knutschen? Ich habe mitbekommen, soweit ich das verstanden habe, dass kein Kuss gefallen ist. Mich hat das tatsächlich etwas beruhigt. Witzigerweise ist allerdings ein Kuss gefallen. Das habe ich jetzt gerade nicht gezeigt. Aber natürlich war Madeleine so, ach Elsa, du willst wieder knutschen, okay. Und ich liebe es, wie Casual Elsa auch dann einfach lügt. Ist ein Kuss gefallen? Nee. Ende. Und ich verstehe es, sie bondet nicht so richtig mit der Gruppe an und will ihnen das nicht sagen. Voll okay. Aber es ist trotzdem so, man, ich weiß nicht. Es ist kein Gruppengefühl mehr. Liebe Nina, die nächsten Stunden gehören uns allein. Hast du Lust, den Abend mit mir ausklingen zu lassen und morgen neben mir aufzuwachen? Okay, und Nina bekommt das Übernachtungsdate und Natalie auch so freut mich. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt gerade fühle, ob ich mich freuen soll oder ob ich heulen soll. Irgendwie ist nach dem Übernachtungsdate zu hoch immer so ein bisschen abgefahren. Ja, ne? Ja, guck mal, das ist sowas Intenses. Guck mal, die haben jetzt noch den ganzen Abend, die haben die ganze Nacht. Ich bin so sauer. Ja, dass du jetzt nicht auch noch das Übernachtungsdate bekommen hast, Elsa, da wäre ich jetzt auch richtig krass sauer. Dass du eigentlich wahrscheinlich auch nur fürs Publikum reingekommen bist und nicht, um wirklich zu gewinnen, sollte eigentlich auch allen klar sein. Allerdings muss man auch sagen, es gab ja schon Übernachtungsdate. Ich glaube, dass in der ersten Staffel das einfach nicht gefruchtet hat, weil der Prinz Nikolas damals seinen Übernachtungsdate-Kandidaten nach Hause geschickt hat, bevor es zur Übernachtung kam. Das war so, wow, richtig gut. Aber sonst, häufig gewinnen wirklich Übernachtungsdates, ne? Ist halt, man hat viel Zeit, man kommt sich sehr nah. Ja. Wo, wo ist die Fairness geblieben? Wo? Nina und ich haben irgendwie in der Kürze der Zeit schon voll die emotionale Verbindung aufgebaut. Hallo. Hi. Oh, und wie süß ist das denn? Und es wirkt einfach auch direkt, man spürt da wirklich eine Verbundenheit. Also ob das jetzt direkt romantisch ist, keine Ahnung. Aber die freuen sich wirklich so und sind so richtig kuschelig und sind so wie Freundinnen, die sich gern haben einfach. Also man merkt, die haben sich wirklich gern. Nicht nur einfach, hey, wir daten oder sie haben sich gern. Die Liebe streut hier nur herum. Kannst du ja ahnen, was wir gleich machen? Wir kochen. Okay. Ich kann richtig gut schnippeln, aber ich bin nicht so eine Cooking Queen. Okay, ich auch nicht. Das ist ja fast ja schon mal sehr gut. Das bedeutet, sie werden wahrscheinlich einen Salat machen. Lecker. Lecker, lecker. Okay, was sollen wir drauf machen? Paprika, die habe ich extra geschnitten. Auch sehr interessant, dass du die Paprika so lang lässt. Beim Kochen mich ein groben Jahr. Wow, ich bin eine richtige Schnittel Queen. Äh, das eigentlich auch nicht, weil ich streit sie dann einfach in Streifen und gut ist. Während die beiden jetzt allerdings ihre Zeit miteinander genießen, zusammen Pizza machen und sehr, sehr viel Zeit zum Quatschen haben, denken sich die anderen Ladys in der Villa so, wir müssen auch irgendwie Zeit rumbringen. Und wie wäre es, wenn wir einfach eine Party machen, dann kriegen wir den Kopf frei. In der Villa wird sich bereits wohl gefühlt. Haben wir Bock? Ja! Oh mein Gott, und sie wirken nicht benüchtern. Sie sind auch im Pool. Das ist eine Gefahr, Leute. Und Melanie und Steffi knutschen dann plötzlich miteinander rum und alle so, oh mein Gott, guck, was die da machen. Wollen wir das auch machen? Kann man doch echt einfach mal machen. Oh mein Gott, und dann haben wir da Steffi und Eichsum gesehen und Lilly und Alayna war irgendwie keine Kombi, die ich da irgendwie gesehen habe. Die habe ich nicht kaum gesehen, aber auch und es ging weiter. Oh Gott, jetzt gibt es jetzt lecken die hier rum. Ich fand es richtig geil. Und Natalie fühlt es auch wieder komplett. Ich meine, die hat ja nicht mal die Princess besser geküsst und möchte sich da ein bisschen zurückhalten und ist da ein bisschen ruhiger, was das angeht. Aber die Party eskaliert schon wieder. Und normalerweise würde ich mir auch denken, ah, das ist ein bisschen too much. Obwohl man muss immer noch sagen, Madeleine knutscht auch mit allen wild rum. Und dann können die Kandidaten das, finde ich, auch machen. Also sie sollten nicht direkt mit anderen auch anbandeln, weil das ist irgendwie dann wieder komisch. Aber einfach nur so in einer Party rumknutschen kann man durchgelassen. So, sagen wir es aber, drück mir ein Auge zu. Okay? Okay. Okay. Ja. Ciao. Ich werde hier niemanden küssen. Ich will hier mit niemandem was haben im Haus. Ich möchte einfach nicht. Aber das, glaube ich, liegt nicht daran, weil Elsa generell abgeneigt ist, sondern weil Elsa einfach mit dieser Gruppe halt nichts zu tun hat. Immer noch nicht. Und das merkt man auch hier wieder. Die so, ah, die machen alle miteinander rund um, haben Spaß. Ich gehöre da nicht zu. Tschüss. Es ist schade. Es fühlt sich wohl mit Nina. Sorry, ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Aber wir hatten alle auch einen guten Abend. Okay. Und auch Jess war beteiligt. Und ich glaube, jetzt die einzigen, die ich jetzt nicht groß rumknutschen sehen habe, waren Gabi, Nathalie halt und Elsa. Ich glaube, das war es auch schon. Und sonst haben alle miteinander irgendwie losgelegt. Okay. Cheers. Hm? Mhm. Und dieser Käse kippt überall in den See. Das ist natürlich dann härtliche Pizza. Okay, sie haben, glaube ich, veganen Käse auf und sich genommen, weil Madeleine ja Veganerin ist. Und dann ist das natürlich als Ersatzprodukt. Manchmal verläuft er nicht so gut im Ofen. Wird dann super fürs Knütschen nachher. Mein Mund klebt es. So romantisch das aussah, so furchtbar war das in mir drin. Das lockert die Situation doch richtig gut auf. Wenn ihr beide diesen Käse beißt, wie Kaugummi sich in eure Zähne wickelt und ihr so, oh Gott, das ist schrecklich. Ihr müsst beide lachen. Das ist gut. Das ist ein guter Icebreaker. Nach der Pizza wird dann allerdings nochmal die Stimmung ein bisschen intensiver auch bei den beiden. Und ich finde, man spürt da irgendwas. Ich weiß nicht, ob man da richtig Liebe spürt oder Dating oder Gefühle. Aber irgendwie, man spürt eine Verbundenheit. Und ich frage mich, würde uns jemand vermissen? Lassen. Uuuuh. Das ist irgendwie gerade in dieser Poolstimmung schon ein bisschen süß. Also normalerweise bin ich ja einmal nicht so im Poolfieber und denke mir so, Leute, wir müssen nicht mal in den Pool gehen und rumknutschen. Aber da, ich weiß nicht, irgendwie da war was. Nach dem sehr, sehr schönen Abend mit Nina freue ich mich jetzt sehr, dass wir wirklich Zweisamkeit haben. Und ich bin total gespannt, wie sich das so anfühlen wird. Ich bin auch gespannt, was sie am Ende sagen. Boah, stell dir mal vor, Nina über Nacht ist jetzt da und die dann so, ja, war nett, muss man aber nicht nochmal machen. Das wäre doch voll traurig. Ich bereue es überhaupt nicht, dass ich nicht mitgemacht habe bei der Knutscherei. Natürlich kann das sein, dass ich einen Vorteil habe dadurch, weil damit signalisiere ich auch, dass ich mit denen wirklich kennenlernen möchte. Ja, natürlich kann man das dann so argumentieren und man kann das auch so sehen. Und gerade wenn Natalena es erfährt, könnte es ein Dämpfer für alle anderen sein, gerade wenn sie ja mit Alaina und mit Desi schon dieses Problem hatte. Aber Natalie sollte sich auch nicht zu sehr darauf ausruhen. Das erste, was man sieht, ist dann halt eine schöne, tolle Frau neben einem. War ein schönes Gefühl, hat sich auch gar nicht ungewohnt angefühlt, sondern schon irgendwie fast, ja, normal. Na süß, und dann sind die auch noch richtig vertraut und dann, okay, das Übernachtungsdate hat einen rausgehauen. Und, mir ist gerade wieder eingefallen, Nina war ja auch die, die Madeleine direkt am Anfang, zu Beginn, als sie noch in der Crew war, gespottet hat. Und war so, oh, die finde ich cool, die hat einen coolen Style, die sieht hübsch aus. Und dann war Nina ja nie auf Einzeldates oder Gruppendates so richtig präsent. Und dann direkt bei Übernachtungsdate. Das bedeutet, Madeleine hat auch wirklich darauf hingefiebert, glaube ich, Nina für dieses Date zu haben. Also wirklich gezielt war ihr klar, ich werde Nina dafür nehmen. Schon sehr früh. Geil. Geil. Ich bin ein bisschen überfordert und überwältigt, dass da eine emotionale Bindung ist. Und die ist jetzt auch noch doller geworden, finde ich. Und ich glaube, das war bei Madeleine auch so. Und vielleicht haben wir dann doch die Gewinnerin hier und das hat niemand so richtig kommen sehen, aber es war die ganze Zeit schon doch absehbar. Obwohl es keiner kommen sehen hat. Ihr wisst, wie es läuft. Es sind immer noch starke Konkurrentinnen da, aber jetzt bin ich richtig mehr in dieser Staffel drin. Leute, die haben verloren. Ich weiß. Wieso verloren? Man hat es verloren. Oh Mann. Es muss gut gewesen sein. Nina ist richtig toll. Das ist das Schlimme daran. Wenn sogar Elsa sagt, die richtig Ellenbogen drauf ist und mit der Gruppel nichts zu tun hat, sagt, boah, Nina ist richtig toll. Das muss toll gewesen sein. Dann muss es toll gewesen sein. Also wirklich. Ganz nett. Wir hatten wirklich Zeit zu quatschen, aber auch um uns zu knutschen. Ja. Ja. Lilly, love it. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir so eine emotionale Bindung auf jeden Fall haben. Und das ist besonders für mich und ich glaube auch für sie. Aber körperlich hat es auch gepasst, oder? Das. Ja. Ja. Und manche gucken wirklich beim Zuhören auch so ein bisschen light so, freut mich für dich. Toll. Und sehen wirklich alle ihre Chancen gerade so da wegflattern, weil sie wissen, okay, die Nina hat ein geiles Date. Es ist allerdings natürlich mal wieder Zeit für die Nacht der Kettenrückgabe. Und da kommt natürlich Madeleine auch wieder angetrabt. Diesmal allerdings mit einem interessanten Outfit. Nein, das ist mein Alltagsoutfit. Ich gehe auch so nach Rewe. Ich kann mir vorstellen, dass gerade nach dem Übernachtungsdate mit Nina der Druck einfach gestiegen ist. Ist er definitiv. Und ich fragte mich gerade kurz, hat die Produktion diesen Rock ausgewählt? Weil wer nimmt wirklich so einen Rock, den man die galenste Zeit festhalten muss beim Laufen? Das würde mich ja so aufregen. Warum quälen sich Frauen so oft mit ihren Klamotten, dass sie sagen, sieht zwar schön aus, aber es ist super unpraktisch. Leute, nehmt einfach geile Klamotten, die leger sind, die cool sind. Es ist immer besser. Oh, der Blazer. Oh, der Blazer. Nina einfach. Sie ist meine große Konkurrenz hier. Denn sie waren sehr schön miteinander. Muss ich sogar zugeben. Scheiße. Wie hart muss das jetzt auch gerade für Elsa sein, wenn sie merkt, sie ist nicht die allergeilste für den Madeleine gerade. Brutal. Als erstes Gespräch holt sie Alena dann allerdings dann auch Madeleine wieder ran und die beiden sind so im Flirty-Modus und man hat eine Spannung im Raum, aber es ist irgendwie wieder ein bisschen komisch. Okay. Wie ist es so beim Küssen mit dir? Also ist das da ähnlich? Ähm, wenn ein Weib da ist und so, dann geht das eigentlich schnell. Das muss halt passen, ne? Ja. Wir müssen sich halt beide wohlfühlen. Wie ist das bei dir? Wenn im Moment da ist, wenn es knistert, dann, ja, sage ich auch nicht nein. Beide haben früh mit Desi rumgeknutscht und unterhalten sich darüber, ob sie generell dabei früh sind, mit Leuten rumzuknutschen. Ja, überraschenderweise schon. Surprise. Okay, sie möchte, dass wir uns küssen und ich habe auch gleichzeitig auch auf ein Signal von ihr gewartet. Und Alena ist bereit und sie nähern sich vielleicht auch schon an und denken sich so, okay, wir sind zwar erst fünf Minuten im Gespräch, aber wir können jetzt endlich den ersten Kuss starten. Darf ich reinkommen? Avec plaisir. Bitte? Bonsoir. Mademoiselle. Darf ich? Ich bin jetzt schon drin, weil es regnet. Ja, dann können wir kommen. Oh Gott, und Nathalie ist jetzt auch so ein bisschen unbeholfen. Also kaum ist Kim weg, denke ich Nathalie so, my time to shine. Also so, hallo, darf ich rein, störe ich? Auch wenn ich störe, mir egal, eigentlich, hi. Nathalie, tschee. Lass mich zusetzen. Natürlich. Ich verabschiede mich von dir. Danke, dass es geschafft ist. Danke auch. Das ist mein Bad. Macht es euch gemütlich. Sicher? Ja. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass Nathalie nicht in der Lage war, die Situation gerade zu lesen, dass sie wirklich gestört hat und dass sie ruhig noch ein paar Minuten hätte warten können. Also man merkt das, glaube ich, in der ganzen Situation. Und sie war wirklich nicht willkommen. Und sie so, darf ich mich jetzt auch noch da hinsetzen? Könnt ihr mal rücken? Oh, Nathalie. Oh. Sie ist auch mal ein bisschen so vorbrechend. Also sie kann das gar nicht. Ich hätte mir von Nathalie gewünscht, dass sie uns irgendwie vielleicht noch ein paar Minütchen gegeben hätte. Weiß ich. Ich glaube, Nathalie hat da einfach keine richtige innere Uhr. Sag ich doch. Stimmt, glaube ich auch. Ist einfach so. Ja. Ja, ist ja so. Wie fändest du das, das wollte ich nämlich fragen, wie fändest du das, wenn die hier knutschen? Oh, okay. Das habe ich verpasst. Also Eva, du warst ja gestern auf einem Übernachtungsdate oder jemand war bei dir auf einem Übernachtungsdate. Und die Leute hatten hier auch Spaß auf jeden Fall. Wer hätte denn so Spaß? Sag ich nicht, das müssen die Leute dir selber sagen. Dann hättest du doch einfach generell jetzt die Klappe halten können, Nathalie. Das ist aber auch so ein Moment so. Wie fändest du das eigentlich, wenn die hier alle knutschen? Ach, weil du fragst, warum? Weil hier alle rumgeknutscht haben. Oh, die petzen immer in jeder Staffel. Ich meine, man will ehrlich mit der Prinzessin sein. Aber wenn du willst, dass die Leute ihr selber sagen, dann sag es ihr nicht vorher. Das ist einfach vorgeschobene Lüge jetzt einfach. Sie will sich nur besser darstellen. Finde ich, wie Petze rüberkommen. Fände ich schön, wenn sie die Zeit nutzt, um mehr von sich zu erzählen, anstatt was bei den anderen Frauen so abgeht. Und ich finde gut, dass Madeleine das auch so sieht. Vor allem, dass Nathalie auch manchmal ein bisschen zurückhaltend ist, was sie so angeht. Und man hat sich auch noch nicht so richtig kennengelernt. Und sie entwickelt sich eine ganz komische Richtung gerade. Es ist nicht schön. Und das habe ich auch oft gesagt. Bevor ich irgendwas mache, möchte ich dich küssen. Bevor ich hier irgendjemanden küssen. Okay. Ja. Mhm. Ist das gut? Ob das gut ist? Wie du das findest? Oh mein Gott, warum wird das Gespräch so cringe? Vor allem, sie so wieder, bevor ich hier irgendjemanden küsse, will ich eigentlich dich küssen. Aber jetzt halt immer noch nicht. Oh, Nathalie, ey. Und dann ist diese Stille da. Und man hat kurz gedacht, dass Nathalie eine der Favoritinnen wird, jetzt nachdem Daisy weg war. Aber ich glaube, der Zug ist auch schon wieder abgefahren. Es wird dann allerdings später Zeit für weitere Gespräche. Und es wird weiter cringe. Hallo. Na? Alles gut? Ja, bei dir? Oh, ich war irgendwie noch am Abend. Aber wenn die so nah ist, dann ist gar nicht direkt so, okay, alles klar. Oh Gott, sie ist mal bereit für den Kuss zur Begrüßung. Und Madeleine war voll auf Umarmung eingestellt. Und dann sind die so einen Millimeter auseinander mit den Menden und reden. Oh, love it. Oh, ich liebe die. Beim letzten Date hat schon gemerkt, dass sie sehr fokussiert auf mein Armband waren. Das war sie davor auch schon mal. Und ich hab da noch zwei Stück von. Wenn du möchtest, kannst du auch beide haben. Oder darfst du dir gerne eins aussuchen. Auch ein komischer Move. Oh, du findest mein Armband schön. Davon hab ich noch zwei. Ramsch, Ramsch. Also, eins wäre okay. Das wirkt süß. Hey, kann man auch so ein Pärchen-Ding draus machen. Irgendwie, whatever. Aber so, hey, ich hab noch zwei. Willst du irgendeines davon? Das macht irgendwie die Geste so weniger wert. Wisst ihr, ich meine einfach so, ja, ich hab noch ein paar übrig. Katze haben. Ah, man hätte es schöner machen können. Verkackt. Ich hab jetzt noch gar nichts von dieser Catouche-Action erzählt. Ich glaub, keiner, oder? Bisher jetzt, nein. Ja, wenn sich jetzt irgendjemand hinhockt, ich hab mit Jess Catouche-Action. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das passieren könnte. Nein, das würde doch da niemand tun, ne? Steffi und Jess unterhalten sich und Nathalie so. Naja, wenn sie wüssten. Ich hab nichts gesagt, übrigens. Mit Steffi und Madeleine geht's dann allerdings auch noch mal direkt weiter. Und die hat sie auch noch nicht geküsst. Da muss sie eigentlich auch mal ran. Ich würde dich auch gern küssen. Ja, wenn du's auch möchtest, zeigern. Ja. Mit Liebe ist einfach, wie die da Konsensfragen und einfach die Stimmung da ist und dann die ganze Zeit rumknutschen, aber eigentlich gar nicht die Situation dafür ist. Das ist kein romantischer Moment, sondern die sitzen einfach so, ey, wir haben noch nicht, ne? Ja, stimmt. Ja, dann machen wir doch mal. Toll. Was für ein Erdnungsgutig? Auf jeden Fall. Mhm. Sehr. Sollen wir mal zu den anderen? Ja. Danke für das. Okay, der Kuss wird jetzt allerdings dann nicht so überzeugend, wenn man geknutscht hat. War schöner Kuss. Reicht dann auch wieder. Wollen wir mal zurückgehen? Also, es war ja direkt die Kurve. Also, ein romantischer Moment aus? Nicht. Das sah aus wie Desperate Housewives. Tut mir leid. Ich hab halt bei dem Kuss, so schön er war, einfach nicht so richtig, ich hab nicht wirklich was gespürt. Ja, man nennt mit dir Steffi. Das bedeutet, du wirst wahrscheinlich rausfliegen. Okay, war schön mit dir. Als Elsa dann aber nochmal ihre Chance bekommt, nicht weil sie auf Madeleine zugegangen ist, sondern weil Madeleine sie rausziehen musste, wird sie dann aber auch nochmal hot. Ich schwitze so. Ich hab so viel an. Okay, das ist aber auch sehr gewollt jetzt gewesen. Und es war aber auch Madeleine, ja, wenn du dich auszie... Okay, wow. Elsa wird wahrscheinlich die nächste Runde kommen. Ich hatte ja mit ihr ein Gespräch heute und ich hab zu ihr gesagt, hey, wie fändest du das, wenn ich jetzt hier jemanden küssen würde? Dein Ernst, Nathalie? Vor allem war das nicht die einzige Aussage, die du getätigt hast, sondern der Fokus war schon darauf, dass alle anderen miteinander rumgeknutscht haben. Nathalie. Hinterfotzig, was soll das? Willst du das rappen? Was? Dass wir gestern eine Poolparty hatten. Wolltest du das erzählen? Nein, ich hab erzählt zu ihr, wie sie das fände, wenn ich mit jemandem was hier hätte. Das ist schlicht gelogen. Du hast auch erzählt, dass alle miteinander rumgeknutscht haben. Du hast doch nicht gesagt, wer alles daran beteiligt war. Aber du hast es gesagt. Und es war offensichtlich der Fokus deiner Erzählung. Also du hast einen Nebensatz gedroppt. Wie fändest du das, wenn ich das machen würde? Weil alle anderen haben es gemacht. Aber der Fokus war definitiv nicht darauf, wie es bei dir wäre. Flügel! Es ist nicht meine Verantwortung, ihr das zu sagen. Das ist meine Einstellung. Und dementsprechend habe ich ihr das auch nicht gesagt. Für mich war wichtig zu klären in dem Gespräch, wie sieht sie das bezogen auf mich. Gott, ich hasse es, wenn sie so hinterhältig werden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob Nathalie das erzählt hat und sich jetzt selber einredet, dass sie es gar nicht so schlimm gemacht hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt fängt es an. Jetzt dringen die Leute langsam beim Rad. Die Staffel wird anders. Elsa ist eingezogen. Nathalie dreht durch. Der Wohlfühl-Trash endet schon wieder. Mann, was waren das jetzt so? Zwei schöne Folgen, oder was? Boah, jetzt wird es ekelhaft, Mann! Ich denke, dass Nathalie versucht, sich auch schön darzustellen, aber so ein bisschen auf Rücken der anderen, das mag ich nicht so richtig. Ja, genau das passiert aber leider hier gerade. Verstehe ich. Ich wäre sauer. Ich wäre wirklich genervt davon. Und ich hoffe, das wird noch irgendwie aufgelöst. Wir bleiben gespannt. Bis gleich! Ciao! Ciao! Ich hätte natürlich auch gerne Zeit mit dir, verbracht, aber ich habe mich halt bewusst zurückgehalten. Ja, und das finde ich auch so wertvoll und so schön von Nina, aber einfach für die Gruppe. Also klar kann man immer argumentieren, hä, wenn du interessiert bist, brech vor, rede mit ihr. Und nur weil du gestern das Date hattest, wenn es nur noch schön ist, rede weiter mit ihr. Du musst immer Interesse zeigen. Aber es ist eigentlich auch so schön, Madeleine trotzdem nach diesem schönen Date den Raum zu geben und sagen, rede ruhig mit den anderen. Ich bin fein damit und ich weiß, was wir haben und ich muss nicht weiter dich bedrängen mit kennenlernen, wenn du gerade auch Raum für die anderen haben möchtest, um zu wissen, ob du einfach jemand Besseres hast. Ach, sie ist so selbstig anscheinend in ihren Gefühlen. So schön. Gefällt mir gut. Erstmal vielen, vielen Dank für einen weiteren wunderschönen Abend mit euch. Genießt die Abende echt immer sehr. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr Würze gewünscht, aber das passiert ja irgendwie immer, wenn ich nicht dabei bin. Scheiße, sie weiß, dass irgendjemand hat gepetzt. Mal gucken. Ich mag deine lockere Art mega, mega doll. Ich bin nur irgendwie mit anderen Frauen weiter. Ich habe vorher vergessen, dass Ling da ist. Aber nett, dass du da warst. Tschö, Ling. Oh Gott, das war auch nicht absehbar langsam. Leider springt der Funke nicht so richtig über. Und deswegen müsste ich dir heute die Kette leider abnehmen. Und Steffi denkt sich nur so gekurbt nach dem Kuss. Danke dafür. Allerdings sind jetzt nur noch neun Kandidatinnen da, wenn ich richtig gezählt habe. Ich glaube, irgendwie so. Das bedeutet, es geht langsam in die intensivere Phase. Es sind auch nur zwei davon, glaube ich, ungeküsst, nämlich Gabi und Natalie. Obwohl, hat jetzt Alaina irgendwann mal einen Kuss gehabt? Könnte sein, weiß ich jetzt auch nicht. Es sind auf jeden Fall viele Küsse schon passiert. Richtig gut. Und wir werden dann gespannt, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Weil das Drama, es wird sich wahrscheinlich ein bisschen verschärfen. Und damit endet auch schon wieder die Folge, Leute. Ich hoffe, euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne gerne nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Können wir andere Sachen draufklicken. Und dann sehen wir uns wohl nächstes Mal. Bis dann. Ciao.